Willkommen zu einem neuen Video hier bei mir. Und heute mischen wir die letzte Knete zusammen. Und dann kommen noch zwei einzelne Türchen halt. Auf jeden Fall hatten wir ja gestern hier den durchsichtigen Kram da, der angeblich nicht so durchsichtig wird, wenn man damit spielt. Und heute hatten wir so ein Pulver, Glitzer halt, Gold. Und ja, das müssen wir jetzt mal zusammen mischen. Ich hab mir hier extra so eine komische Unterlage geholt. Ich lebe euch hier mal an, weil... Ich muss hier noch den ganzen Kram rausholen. Weil das ist definitiv weicher, die Knete als sonst. So sieht das jetzt aus. Und auf jeden Fall... ...kommt das Gold. Ich mach hier mal so ein bisschen rein von dem Gold. Und wenn er die Knete mal so ein bisschen... Das kriegt schon... ...ne ordentlichere Färbung. ...ne ordentliche Färbung. ...ne ordentliche Färbung. ...ne ordentliche Färbung. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich bin hier zwar... ...jetzt ist alles voller Glitzer, aber egal. Und ciao! Ich bin hier mal. Ich bin hier mal. Ich bin hier mal. Ich bin hier mal. Ich bin hier mal.